So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Gerade noch die Raidmania gemacht, noch einen Glückstausch gemacht. Hat wieder Spaß gemacht, war eigentlich sehr cool. Sage ich immer, ist mein Lieblingsformat. Gleich Abendbrot essen, gleich Wrestling schauen und zwischendurch Infovideo machen. Wenigstens nicht im Wrestling, sondern vorm Wrestling. Diesmal sehr gute Zeit, denn der nächste C-Day wurde angekündigt für Februar. Wir wussten ja das Datum. Wir wussten aber noch nicht, was es ist. Und jetzt wurde es schon angekündigt, es ist FM. Und FM jetzt zu einem C-Day kommt für mich total überraschend. Und aus dem Nix hätte ich nicht gedacht. Da wir ja momentan auch ein Event haben, wo auch FM in der Wildnis erscheint. Es ja schon als Shiny eingeführt wurde. Man dafür immer brüten musste. Es war schwer da ranzukommen. Manche mussten da sehr, sehr, sehr viel Glück haben. Viele werden es noch gar nicht haben. Jetzt wird das vorher bei einem Event rausgehauen in der Wildnis, wo es viel leichter ist, an das Shiny vielleicht ranzukommen. Und nächsten Monat kriegt er nachträglich nochmal einen Community-Day hinterhergeworfen. Das heißt, wer jetzt auf Bonbon-Jagd geht und sich das Leben schwer macht, kann eigentlich aufhören. Weil, konzentriert euch auf Trattini, Kindwurm, Trassler jetzt im Event. Lasst FM einfach, egal. Wenn der C-Day kommt, dann könnt ihr immer noch genügend Shinies farmen, Bonbons farmen, XL farmen, hin und her. Was mich interessiert ist jetzt, was gibt es für eine Attacke? Ich wollte vielleicht nämlich am Montag beim Maxout Monday eins hochziehen auf Level 50. Also ein U-Hafnir. Werde ich wohl jetzt also warten, bis der C-Day war mit C-Day-Attacke. Dann mal 1 auf 50 pushen und da wird man dann auch sicherlich genügend Bonbons haben. Sehr cooles Bild. Ihr seht ein Maisfeld. Ihr seht, alles ist düster. Sehr düster gehalten hier. Community-Day, Februar 23 FM. Sonntag, 5. Februar, 14 bis 17 Uhr. Was schon wieder besonders ist, weil alle C-Days, die wir jetzt in letzter Zeit hatten, waren am Samstag. Auch Lavita wird am Samstag sein. Igamado war am Samstag und jetzt im Februar wieder am Sonntag, 14 bis 17 Uhr. Wäre es Samstag gewesen, hätte ich wahrscheinlich 14 bis 15 Uhr gestreamt, mit Pupsi spazieren gehen. Wenn es Sonntag ist, dann bin ich eigentlich eh alleine. Und alleine habe ich keinen Bock draußen rumzulaufen. Also könnte ich eigentlich am Sonntag von 14 bis 17 Uhr zu Hause sitzen und die vollen 3 Stunden streamen. Dann kriege ich nicht so viele Shinies, nicht so viele Bonbons, nicht so viele Encounter. Aber ich habe das ja schon als Shiny. Ich habe schon die XL zusammen für Level 50, wenn ich einen 100er pushen will. Also kann ich es vielleicht trotzdem ruhig angehen lassen. Beim Community Day im Februar steht das Schallwellen-Pokémon-FM im Rampenlicht. Pokémon des Tages wilde FM erscheinen vermehrt. Exklusive Attacke U-Hafnir. Entwickelt FM während des Events... Vor allem exklusive Attacke U-Hafnir. Überschallknall ist die exklusive Attacke bei U-Hafnir. Entwickelt FM während des Events oder bis zu 5 Stunden danach, damit euer U-Hafnir die Ladeattacke Überschallknaller lernt. Ist eine Attacke vom Typ normal? Oder nicht? Sieht so aus. Hier, ist das normal? Ist doch kein Unlicht, ist doch normal, oder? Überschallknall, Trainerkämpfe 150 Schaden, Arena-Kämpfe, Raid-Kämpfe 140 Schaden. Wenn das eine normale Attacke ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie brauchbar ist und sinnvoll. Aber ja, ich warte, was die anderen alle sagen, ihr werdet mich da aufklären, sicherlich nochmal, ob das was kann oder nicht. Ich weiß gar nicht, was U-Hafnir jetzt überhaupt für Attacken hat. Ich habe mir das nie wirklich angeguckt. Es wird wieder eine Spezialforschung geben natürlich für einen Dollar oder einen Euro. Je nachdem, 99 Cent, kann man sich selbst wieder ein Ticket kaufen, was ich jedem empfehle. Finde ich immer gut. Die Items, die man da rausbekommt, sind auf jeden Fall mehr als einen Euro wert. Einmal im Monat kann man da ruhig einen Euro ausgeben für sein Hobby. oder jemand von euch, der mir das schickt. Den werde ich dann natürlich auch wieder bei Raider Mittwoch erwähnen und werde das auch posten. Mich bedanken, finde ich immer schön. So eine kleine Geste. Diese Funktion, das überhaupt zu verschenken und an andere ist, weiß ich nicht. Das war mal eine gute Sache von Niantic. Eigentlich, na gut, haben sie dadurch ermöglicht, noch mehr Geld zu machen. Aber, ja, egal. Event-Boni. Dadurch, dass es kein CD Classic ist, sondern ein richtiger CD im Brutale, haben sie einfach wieder alle Boni, die es gibt, zusammengeknallt. Es gibt dreifachen Staub für das Fangen von Pokémon. Doppelte Fang Bonbons noch dazu. Drei Stunden Lockmodule. Erhöhte Chance auf XL Bonbons. Drei Stunden Rauch. Schnappschüsse. 50% weniger Tauschkosten. Und ein zusätzlicher Spezialtausch. Also zwei am Tag, die ihr da machen könnt. Irgendwie sind das gefühlt ja die Boni sowieso immer bei fast jedem CD. Nur, dass das erste Ding mal variiert, dass es mal dreifach Staub gibt oder mal zweifach Staub oder mal dreifach EP, zweifach EP oder halt halbierte Brüddistanzen. Aber diese doppelten Bonbons und XL Bonbons und drei Stunden dies, das und reduzierten Tauschkosten und Spezialtausch ist ja bei allen Gängigen jetzt immer mit reingekommen, sodass ihr eigentlich immer fett ein Event geboten bekommt. Bonus-Raid-Kämpfe nach dem Community Day. Von 17 bis 22 Uhr könnt ihr halt wieder diese Stufe 4 Raids machen, sodass um die Arena im Umkreis von 300 Meter oder irgendwas für 15, 30 Minuten... 30 Minuten, für 30 Minuten nochmal zusätzliche FM-Anschein. Möchte ich eigentlich gar nicht vorlesen, möchte ich mich gar nicht mit beschäftigen. Wenn man das als Herausforderung machen möchte, um dann mal so eine Stufe 4 Raid zu machen, okay. Ansonsten sehe ich darin keinen Nutzen. Drei Stunden sind Zeit, kann man machen. Zusätzlich Raid-Pässe ausgeben, dass man nochmal mehr Spawns hat. Muss trotzdem jetzt, glaube ich, nicht sein. Also, ihr werdet sicherlich ein U-Haft nie entwickeln können. Die Bonbons, dafür werdet ihr während des Sea Days verdienen. Raids habe ich bisher noch nicht gemacht. Es gibt auch wieder Sticker. Ihr erhaltet Event-Sticker, wenn ihr Poké-Stops dreht oder Geschenke öffnet. Auch im Shop sind diese Sticker erhältlich. Das war es auch schon. Also, kurzes Video. Aber trotzdem in die Länge gezogen. Ist leider kein neues Shiny. Ist trotzdem aber ein Pokémon, worauf sich bestimmt viele freuen, die das Shiny noch nicht haben. Und die vor allem auch den Pokédex-Eintrag von U-Haft nie noch nicht haben. Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr Bock? Freut ihr euch? Ich freue mich trotzdem. Ich freue mich auf jeden Sea Day, egal was wie wo. Solange kein Samurzel wiederkommt. Im Classic Sea Day ist alles gut. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramse. Schönen Abend noch und gleich Wrestling.